Hallo mein Freund, du konntest wie meine Freunde, Montana Black blockiert, Tanzverbot, weil er keinen Bock hat auf diese ganze Kritik mit diesen NFTs, man. Aber Mont, du musst doch mal ein bisschen Kritik ertragen, was ist denn los bei dir? Digga, du hast dich damals als du dargestellt, ja, Spielsucht weg, alle Süchte weg, man, mach das nicht. Und dann bringst du deine Fans auf diese ganzen Casino-Seiten und bringst sie in irgendwelche NFT-Werbung? Am meisten auch mit diesen einen Symbolen, dieses Kröze, wo es geht ja auch gar nicht mal. Dann musst du dich auch kritisieren lassen, was ist denn los bei dir? Du bist doch kein Übermensch, du bist auch nur ein Mensch. Also erzähl, dass die Leute dich kritisieren. Okay, Tanz, übertreib ein bisschen, keine Frage. Er hat sich ein bisschen auf dich eingeschossen und macht jetzt nur noch komplett gegen dich. Aber du musst doch auch sehen, dass er auch ein bisschen gerechtfertigt ist. Weil mit so einer großen Reichweite kannst du nicht einfach dein Ding machen. Du musst auch ein bisschen auf deine Zuschauer achten. Wenn deine Zuschauer durch dich komplett finanziell am Ende sind, hast du Fehler gemacht. Also nimm mal deine Vorbildfunktionen an und versuch dich nicht mal rauszureden. Sowas ist echt respektlos gegenüber deinen Fans, man. Okay, meine Freunde, es warst wieder von nur einem Boss. Abonniert, like nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.